Rudolfus Franziskus Marie Ruud Lubas ist ein niederländischer Politiker und Ökonom. Von 1982 bis 1994 war der Christdemokrat Ministerpräsident der Niederlande. Er war damit der jüngste und auch am längsten regierende Regierungschef in der Geschichte des Landes. Von Januar 2001 bis zu seinem Rücktritt im Februar 2005 war er hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen und damit Chef des UN-Flüchtlingshilfsverks UNHCR Leben Lubas, der aus einer sehr wohlhabenden Unternehmerfamilie stammt, studierte Wirtschaft an der niederländischen Wirtschaftshochschule in Rotterdam. Er wohnt in Rotterdam und ist seit 1962 mit Ria Hogewegen verheiratet. Das Paar hat drei Kinder. Politik Lubas schloss sich dem linken Flügel der katholike Volkspartie an und blieb in der Partei auch nach 1968. Als sich eine progressive Gruppe als Politiker-Partieradikalen abspaltete. Nach dem Studium hatte Lubas Posten in christlichen Arbeitgeberverbänden und hohe politische Ämter inne. Von 1973 bis 1977 war er Wirtschaftsminister in der Regierung den UYL. 1978 wurde er Fraktionsführer des CDA. Von 1982 bis 1994 amtierte Lubas als niederländischer Ministerpräsident, zunächst mit der rechtsliberalen VVD. Das Kabinett Lubas II fand eine kreative Lösung für den NATO-Doppelbeschluss in Sache Marschflugkörper. Ab 1986 bis 1989 gab es Kabinett Lubas II. In der schwierigen Zeit der deutschen Wiedervereinigung bestand er Mitte 1990 auf einer gesamteuropäischen Konferenz über Deutschlands Zukunft und zog sich damit den Zorn von Helmut Kohl zu, der ihn als für seine Begriffe unredlichsten unter den europäischen Regierungschefs bezeichnete. Drei Jahre später verhinderte Kohl durch sein Veto, dass Lubas als Nachfolger von Jacques Delors EU-Kommissionspräsident wurde. Stattdessen wurde der Luxemburger Jacques Santer ernannt. Nachdem Kabinett Lubas III seit 1989 mit der sozialdemokratischen PVDA demissionär geworden war, trat Lubas bei den Wahlen 1994 nicht mehr als Spitzenkandidat des CDA an. Mit der Empfehlung, nicht seinen designierten Nachfolger Elko Brinkmann zu wählen, sondern Ernst Hirsch-Ball in drei. Mann auf der CDA-Liste mag er zur großen Wahlniederlage beigetragen haben. Der CDA fiel von 54 auf 34 Sitze. Internationale Karriere Nach dem Ende seiner politischen Karriere und vor seiner Berufung zum UN-Flüchtlingskommissar lehrte er Globalisierung in Tilburg und Harvard und hatte er einen hohen Posten beim World Wide Fund for Nature. Außerdem lehrte der Wirtschaftswissenschaftler an der Erasmus-Universität Rotterdam als Professor über Globalisierung. Zeitweise war Lubas auch als Anwärter auf das Amt des NATO-Generalsekretärs im Gespräch. Am 20. Februar 2005 trat er von seinem Posten als UN-Flüchtlingskommissar zurück, nachdem Vorwürfe wegen sexueller Belästigung erhoben worden waren. Vier Frauen gaben einem von der Zeitung The Independent zitierten UN-Untersuchungsbericht zufolge an, von Lubas sexuell belästigt worden zu sein, legten formell jedoch keine Beschwerde ein. Eine fünfte Frau gab an, Lubas habe seine Hände um ihre Taille gelegt und sie an sich gezogen. Lubas beteuert seine Unschuld und spricht von übler Nachrede. Aus der Zeit dieser Affäre stammt der Spottname L.E.W.D. Lubas. Die Nachfolge in der UNHCR trat Antonio Guterres an. Seit seiner Rückkehr in die Niederlande setzt Lubas sich außer für Flüchtlinge und Abrüstung besonders für Nachhaltigkeit ein. Im Juli 2006 diente er der Königin als Informateur. Auszeichnungen Lubas wurde beeinflusst von dem französischen Philosophen Henri Bergson und Pierre Teilhard de Chardin. Lubas ist Mitglied im Club of Rome. Ihm wurde 1987 Dekar-Sekunden-Großkreuz des Ordens des Infantendom Henrik und 1993 der Orden wieder den tierischen Ernst des Aachener Karnevalvereins verliehen. 1995 wurde er zum Staatsminister ernannt und der For Freedom Special Award verliehen. Er hat Ehrendoktorate der Universitäten Georgetown, Universität Trasso S. Montes und Alto Duro und Niemegen empfangen.